Ja, Servus Leute nochmal, Deutschland gegen Costa Rica, ja, das Aus bei der WM für Deutschland ist besiegelt, aber erstmal der Reihe nach, ja, die sind gut ins Spiel reingekommen, das ist in der zehnte Minute Serge Gnabry in Führung gegangen und im Parallelspiel hat man gesehen, ist Spanien gegen Japan in Führung gegangen, das heißt in der ersten Halbzeit lief alles für uns, wir hatten die Spielkontrolle, waren eindeutig die bessere Mannschaft als Costa Costa Rica, gehen auch mit der Führung in die Halbzeitpause, hätten zwar auch noch ein Tor nachlegekönig schon vor der Halbzeit, aber immerhin, es lief alles nach Plan, ja, in der Blitztabelle sind wir zur Halbzeitpause weiter gewesen im Achtelfinale, ja, dann hat die zweite Halbzeit aber schlecht angefangen, Japan hat zwei schnelle Tore geschossen im Parallelspiel, erster Ausgleich, das war schon mal nicht so gut, dann sind sie auch noch in Führung gegangen, die Japaner, ja, es wurde erst gecheckt, das zweite Tor, habe ich gesehen, aber dann wurde es gegeben, ja, und dann nahm das Elend ein bisschen seinen Lauf, ja, wir konnten irgendwie, wir waren dann, also man hat es dann auch gemerkt, dass die Mannschaft verunsichert war aufgrund dieser Nachricht, das hat sich auf der Deutsche Bank schnell rumgesprochen und ja, dann haben wir den Ausgleich kassiert und dann habe ich eh alle, in dem Moment habe ich dann nur noch abgewunken und alle Hoffnung auf ein Wunder aufgegebe und ich dachte mir auch, dass im Japan-Spanien-Spiel, das wird so bleiben, die Spanier mussten nicht unbedingt mehr da noch den Ausgleich schießen, die waren schon weiter aufgrund ihres guten Torverhältnisses, und Japan hat wahrscheinlich einfach gut verteidigt, ich habe jetzt keinen Spielbericht gesehen davon, aber ja, da konnten wir uns also nicht drauf verlassen, ja, dann war das Spiel eigentlich total wild, es war dann ein bisschen wild, ja, dann ist Costa Rica auch noch in Führung gegangen, der Neuer mit einem dusseligen Eigentor, also es war wirklich lächerlich, die Szene, dann drei Minuten später machen wir durch Kai Havertz den Ausgleich wieder, dann wurde es ein bisschen, dann habe ich gesehen, nach dem Tor ist er ein bisschen ausgerastet, der Kai Havertz, der war dann ein bisschen aufgebracht, einfach, ja, genervt auch schon, und da musste er ein bisschen seinen Frust rauslassen am Gegenspieler, hat aber keine Karte dafür bekommen, also war okay, ja, und dann in der Folge haben wir noch zwei Tore schießen können, aber das war alles egal, weil im Japan-Spanien-Spiel hat sich nichts mehr getan, das blieb beim 2 zu 1 für Japan, wir haben noch zwei Tore geschossen, einmal noch Serge Gnabry und dann nochmal der Lücke-Füllkrug, ja, das war noch einer der besten Spieler, finde ich, in unserem Turnier, in unserem deutschen Turnier, dann der Musiala hat mir gut gefallen, der hat auch wirklich das ein oder andere Mal ein paar costarikanische Verteidiger wunderschön aussteigen lassen, also ist da vorbeigetänzelt, ja, der ist wirklich ein Schlangenjunge, der Musiala, also gefällt mir richtig gut, das ist auf jeden Fall ein Lichtblick für die Zukunft, ja, der Müller war nichts mehr, der hat dann jetzt auch seinen Rücktritt wahrscheinlich bekannt gegeben heute, einen Tag nach dem Spiel, 2. Dezember, ja, gestern Abend sind wir ausgeschieden, heute Nachmittag oder heute Abend soll dann unsere, heute Abend soll unsere Mannschaft in Frankfurt landen und da können Sie ruhig ein bisschen Hohn- und Sport kassieren, ja, ich bin schon enttäuscht auch, ja, und deprimiert, weil, ja, für mich war schon klar, dass wir nicht weit kommen würden bei der WM, das war mir schon klar, ich hätte mich nur gefreut, wenn wir es wenigstens ins Achtelfinale oder Viertelfinale dieses Mal wieder geschafft hätten, dass eine Steigerung da gewesen wäre, die Spiele waren jetzt auch nicht so schlecht, aber, ja, das Auftaktspiel gegen, die Auftaktniederlage gegen Japan hat uns halt schon das Genick gebrochen, gleich im ersten Spiel und, ja, das war dann halt schon mal, schon mal ein Kackstart und, ja, und dann würde ich noch sagen, hat sich die übertriebene Euphorie in den Medien, die nach dem 1 zu 1 Unentschieden gegen Spanien ausgelöst wurde, die hat sich dann eben, da haben wir jetzt die Quittung dafür bekommen, auch das vor dem Spiel, die ganzen Experten rund um Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, auch die waren so mega euphorisiert und optimistisch und haben Thomas Hitzlsperger hat zum Beispiel auch 4 zu 0 getippt, der Schweini hat 5 zu 0 getippt und Almut Schuld, unsere deutsche Torhüterin von der deutschen Frauennationalmannschaft hat auch 4 zu 0 getippt, als wäre das nichts, ja, und das ist dann halt die Quittung dafür, haben wir die Quittung bekommen, wir haben zwar gewonnen, aber es hat nichts mehr gebracht, leider, und somit, sag ich, kann ich jetzt heute Abend noch schön auf der Weihnachtsmarkt gehen und noch den ein oder anderen Glühwein trinke auf unser, ja, auf unseren kurzen und leicht beschämenden WM-Auftritt dieses Jahr wieder, und, ja, weiß jetzt auch nicht, ob man Hansi Flick jetzt wirklich die Schuld wieder dafür geben kann, ich denke, an dem liegt es nicht, der hat mindestens noch eine Chance verdient bei der nächsten EM in zwei Jahren, ich finde da, die Chance sollte man ihm mindestens noch geben und wenn das auch nicht sein sollte, ich meine, die EM findet in Deutschland statt 2024, da müssen wir mindestens mal ins Viertelfinale kommen, wenn nicht sogar Halbfinale als Gastgeberland, ja, also da werden die Ansprüche dann wieder deutlich höher sein, und, ja, was die WM in Katar noch betrifft, ja, und das ganze Politische drumherum war nicht entscheidend, sondern tatsächlich unsere schlechten Leistungen, die unser Team gebracht hat, ja, außer vielleicht mit dem Spanien-Spiel, aber es war immer irgendwas Schlechtes dabei, und in jedem Spiel, und das hat uns halt das Genick gebrochen, also 4 zu 2 gewonnen gegen Costa Rica, ist aber bedeutungslos, leider, naja, konnte mich dann auch nicht mehr so richtig freuen, aber ich sage, jetzt kann man wenigstens die WM noch, ja, ganz ohne Druck und neutral weiterhin verfolgen, oder boykottieren, wie auch immer, welche Einstellungen man auch immer dazu hat, ich werde wahrscheinlich den Niederländern die Daumen drücken, und der Schweiz, das wäre auch schön, wenn die noch weiter kämen, und, ja, Frankreich ist sowieso ein Favorit, Titelfavorit, Argentinien, ha, einfach mal schauen jetzt, aber, jetzt mache ich mal ein Statement, ja, für uns war es das bei der WM, für uns Deutsche, und, ja, bin ein bisschen ratlos gerade, was auch die Zukunft betrifft, man muss sich einfach steigern, und die Abwehr, unsere Abwehr muss besser werden, ja, und das war meine Geste, hier, Weihnachtspulli, später geht es noch auf der Weihnachtsmarkt, schön mein Leben genießen, ein bisschen, aber, ja, das gilt eben nicht für unsere Nationalmannschaft, die kann man zur Zeit leider einfach nicht genießen, das ist leider einfach nicht mehr das Gleiche wie früher, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei der WM, oder auch nicht, scheißegal, und, ja, bis zu meinem nächsten Video, mach es gut, und bis denne, ciao, ciao.